Hallo an alle Schweizer Bodybuilding-Fans. Ich wollte nur Bescheid sagen, dass ich am 20. Oktober bei der Schweizer Meisterschaft in Basel ein Gast da bin und natürlich freue ich mich riesig darauf, wieder in der Schweiz einen Auftritt zu machen. Die Fans sind die größten und das ist immer der Hammer da und ja, freut mich einfach. Ich werde drei Wochen nach der Olympia sein, das heißt beste Form. Ich versuche natürlich in Form meines Lebens zu bringen und dass ihr nicht enttäuscht seid und ja, dann rocken wir es.